Weniger Visitenkarten bestellen. Du hast nicht geglaubt, dass ich Geld mit nach Hause bringe. Den Dollar hier habe ich gefunden, als ich auf den Bus gewartet habe. Während du unterwegs warst, um den Dollar zu verdienen, hast du 40 Dollar verloren, weil du nicht zur Arbeit gegangen bist. Die Firma hat angerufen, wenn du morgen nicht kämpfst, brauchtest du am Montag auch nicht mehr zu kommen. Juhu, ein Viertage-Wochenende.